Also erstmal herzlich willkommen zu meinem Vortrag Ubuntu im Schulalltag, Einsichten in ein freies Gymnasium. Ja, ein bisschen was zu mir, mein Name ist Sebastian Seitz, ich habe Erziehungswissenschaft studiert, bin also Diplom-Pädagoge und hoffe, dass eure IT-Lust auch durch mein pädagogisches Wissen befriedigt werden kann. Legen wir direkt mal los. Ah ja, kurz dazu, das ist also das Katharineum in Lübeck, so ein altes humanistisches Gymnasium. Und die haben eben Ubuntu bei sich eingeführt. Bisschen was Allgemeines, also worum geht's, das ist so der Ablauf, erstmal was ist so die grobe Intention dieses Vortrages, dann zweitens, warum muss es eigentlich freie Software in der Schule sein, warum geht nicht auf Proprietäre, funktioniert ja auch. Dann alles mal erläutert am Katharineum und dann ein paar abschließende Überlegungen zu dem allgemeinen Thema Freie Software. So, worum geht es? Ich habe es gerade schon erwähnt, ich bin von Haus aus Pädagoge, deshalb geht es also hier um die Schmittmenge von Pädagogik und freier Software. Warum braucht man eigentlich freie Software in der Schule? Ja, also Proprietäre funktioniert auch, es gibt genug Lehrer, die sagen, und auch Eltern, die sagen, meine Kinder sollen in der Schule das lernen, was später in der Wirtschaft benutzt wird. Das ist zum Beispiel Office, MS Office, und da brauchen die sich nicht mit anderer freier Software zu beschäftigen. Es ist natürlich totaler Quatsch, denn es geht bei der Schule um Kompetenzorientierung. Das heißt, jemand, der in die Schule geht, soll dort das Repertoire erlernen, mit dem er später sämtliche Programme benutzen könnte. Das ist ja auch nicht so, dass jemand in die Fahrschule kommt und dann sagt, nee, wir benutzen aber nur ein VW Golf, weil das ist das Auto, was du später fahren wirst, sondern wenn ich meinen Führerschein in einem Opel Corsa gemacht habe, dann kann ich später auch ein VW Golf fahren, da kann ich auch, vollkommen egal, da kann ich jedes Auto eigentlich mitfahren. Das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel für kompetenzgerichtete Vermittlungen. Also, freie Software hat zudem den Vorteil, sie ist sozial, sie ist kostenlos verfügbar. Ich kann deshalb alle Leute, auch die, die weniger Geld zur Verfügung haben, an dieser Software teilhaben lassen. Es ist also überhaupt nicht notwendig, dass das Elternhaus finanziell gut ausgestattet ist, sondern die Software, die ich in der Schule benutze, die kann ich auch einfach zu Hause weiter benutzen. Also, sie ist sozial. In dem Kontext habe ich es gerade angesprochen, den Kostenpunkt, für Schulen extrem relevant. Also, Schulen gleichen heutzutage immer mehr kleinen Wirtschaftsunternehmen oder kleinen Betrieben. Da muss gehaushaltet werden, da steht nicht immer unheimlich viel Geld zur Verfügung und aufgrund der freien Lizenzen macht es freie Software wirtschaftlich. Und dann noch ein Punkt, den ich persönlich auch für extrem wichtig halte, freie Software repräsentiert Ideale und kann diese Ideale auch in die Schule bringen. Und zwar die Bildungs- und Erziehungsideale der Schule. Die Schule hat einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, da gehören ganz viele verschiedene Sachen zu. Nicht nur die Vermittlung von Wissen, sondern auch beispielsweise Demokratiekompetenz, damit jemand, der in die Schule gegangen ist, nachher auch kreativ und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann und unser System zu verbessern mag. Ein paar allgemeine Infos zu der Schule. Die Schule hat ca. 970 Schülerinnen und Schüler, ca. 75 Lehrerinnen und Lehrer. Das variiert dann so, je nach Aushilfskräften. Das ist so der aktuelle Stand. Verfügt über 105 Netbooks, Notebooks und Desktop-Rechner. Keine Thin-Clients, erkläre ich nachher noch warum. Und setzt auf Ubuntu 10.04 LTS, damit eben der Support lange Zeit sichergestellt ist und weil man auf größtmögliche Stabilität setzt. So, dann wollen wir uns mal anschauen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Früher hatte die Schule einen kleinen Bereich mit einem sogenannten Internet-Café. Da konnten die Schülerinnen und Schüler dann hingehen und konnten zum Beispiel in der Pause ihre E-Mails checken oder mal ein Video anschauen oder sich in sozialen Netzwerken betätigen. Und das war so der Ausgangspunkt davon. Dieses Internet-Café funktionierte mit einer Terminal-Server-Lösung auf Linux-Basis. Das war so dieser erste Punkt, wo Linux in der Schule genutzt wurde. Allerdings nicht in einem didaktischen Kontext, sondern eher um den Schülern eben einfach den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Und zum gleichen Zeitpunkt lief Windows auf allen anderen Arbeitsplätzen, die in der Schule verfügbar waren. Zum Beispiel im Erdkunderaum oder im Informatikraum. Das funktionierte auch alles soweit ganz gut. Und das lief mit dem Abgleich einer Musterinstallation. Das heißt, man hat den Rechner hochgefahren und dann hat dieser Rechner sich erst mit einem Image abgeglichen. Und das kann man sich vorstellen, wenn eine Unterrichtsstunde 45 Minuten dauert, bis die Schüler dann alle ruhig sind und sitzen, dann dauert das mal 5 Minuten. Bis dann alle Rechner hochgefahren sind, sind nochmal 5 bis 10 Minuten vergangen. Und es war relativ langsam und etwas schwerfällig. Aber es hat funktioniert. Die Lernprozesse konnten trotzdem problemlos stattfinden. Weshalb man sich fragen muss, warum Linux? Wenn es doch vorher gut funktioniert hat, wenn die Schüler doch gut vorbereitet waren auf das, was sie später an der Uni erwartet oder was sie später in der Ausbildung oder im späteren Berufsleben erwartet, warum muss es dann unbedingt Linux sein? Und dazu möchte ich jemanden zitieren, und zwar den Herbert Reckmann. Der hat mal einen interessanten Artikel im Login-Magazin geschrieben. Das ist, ich weiß nicht, ob es einige kennen, so ein Magazin für den Informatikunterricht. Und der Herr Reckmann sagt, Wichtig ist auch der Blick auf das organisatorische Gesamtsystem der Einzelschule. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Während es früher so war, dass man gesagt hat, gut, mit einem Computer, da kann man einfach viel besser mit lernen. Deshalb stellen wir jetzt in jeden Klassenraum fünf Computer und dann haben die Schüler automatisch bessere Noten. Das hat man dann irgendwann mal verworfen. Sondern interessant ist, wie funktioniert eigentlich das gesamtpädagogische Konzept der Schule und wie bin ich in der Lage, IT-Entwicklung als Teil der Schulentwicklung zu betreiben. Und das ist gar nicht so einfach. Also entschied sich der IT-Koordinator für Linux. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, administrative Vorteile. Mittlerweile ist es extrem einfach geworden, Drucker einzurichten, Software auf den jeweiligen Arbeitsplätzen einzurichten. Es ist deutlich schneller, die PCs booten auch deutlich schneller, sodass schneller mit dem Unterricht begonnen werden kann. Dann natürlich Unabhängigkeit von Global Players. Wer mal mit Microsoft gearbeitet hat oder mit anderen großen Softwareunternehmen, der weiß, dass man ganz schnell in eine Position rutscht, in der man auf genau eben diese Firmen angewiesen ist. Und das ist eine ganz furchtbare Abhängigkeitsposition. Ich möchte es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Also diese Schule hat einen Haushalt von 40.000 Euro im Jahr. Der wird von der Stadt Lübeck zur Verfügung gestellt. Zusätzlich verfügen die aber noch über eine ziemlich gute Elterngemeinschaft, ziemlich gut angebunden an die Eltern, sodass dann über so Förderprogramm noch mal 40.000 Euro im Jahr reinkommen. Das ist also eine wirklich gut ausgestattete Schule. Nun kostet aber die aktuelle Lizenz für Windows 7 plus MS Office diese Schule 10.000 Euro. So, die Stadt Lübeck hat eine Haushaltssperre verhängt. Das heißt, eine normale Schule hätte gar kein Geld. Die haben zum Glück noch 40.000 Euro, aber man sieht, wir haben einmal diese 10.000 Euro, die schon 25 Prozent des Etats der Schule einnehmen und die man in viel bessere andere Dinge wie Lehrerfortbildung oder besseres Unterrichtsmaterial investieren könnte. Und davon hat sich diese Schule damit freigemacht. Dann die höhere Anpassungsfähigkeit. Klar, durch die Freilegung des Sourcecodes sind also spezielle Anpassungen deutlich einfacher möglich. Und man ist wesentlich flexibler, wenn es beispielsweise um Raumgestaltung oder ähnliche Dinge geht. Da sind auch noch ein paar Sachen in Planung. Sage ich aber später was zu, sonst nehme ich hier ein bisschen zu viel vorweg. Auf Dauer kostengünstiger. Warum auf Dauer? Jetzt arbeitet die Schule noch parallel mit einer Windows-Lizenz. Allerdings ist auf keinem der Rechner Windows installiert. Die haben diese Lizenz noch von dem Zeitpunkt vor der Umstellung, vor der Migration auf Ubuntu und haben diese Lizenz einzig und allein aus Sicherheitsgründen behalten, damit sie sagen können, okay, wenn irgendwas mal nicht klappt, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, zu unserem altbewährten System zurückzukehren und haben so eine Art Rücklage, sodass es jetzt an dieser Schule noch keine Kosteneinsparungen gibt. Das ist also noch nicht billiger geworden. Aber wenn die Lehrerschaft und der Direktor und die Elternvertreter entscheiden, dass man nun komplett bei Ubuntu bleibt, dann lässt man diese Lizenz einfach auslaufen und dann würde sozusagen die Kosteneinsparung in dem Moment passieren, wo normalerweise eine neue Lizenz gekauft werden würde. Deshalb auf Dauer, aber jetzt eben noch nicht. Ganz großer Knackpunkt. Sicherheitsaspekte bei Schulen, die mit sensiblen Schülerdaten umgehen. Beispielsweise gibt es ja auch Jugendhilfe an Schulen. Das heißt zum Beispiel können Schüler, die Probleme mit, zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche haben, Legasthenie, Dyskalkulie, was auch immer, werden natürlich an Schulen gefördert. Das heißt, es entstehen auch Datensätze über solche Schüler, wo dann drin vermerktet ist, wie die Entwicklung ist. Das sind natürlich hochsensible Daten, die dürfen nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Und wenn man sich mit manchen Direktoren unterhält oder mit Leuten, die für die IT an Schulen zuständig sind, die dann Windows benutzen, dann läuft es einem manchmal kalt den Rücken herunter, wie da mit Sicherheitsaspekten umgegangen wird. Das war also ein ganz entscheidender Punkt an dieser Schule. Ja, das sind jetzt alles gute Gründe, warum man Linux benutzen sollte oder warum diese Schule Linux benutzt oder freie Software auch im Allgemeinen. Aber warum ist es dann Ubuntu geworden? Warum hat man nicht irgendeine andere Distribution genutzt? Dafür gab es mehrere Gründe. Einmal die turnusmäßigen Updates waren also ein großer Punkt, dass man gesagt hat, wir brauchen im Prinzip eine Distribution, bei der wir uns darauf verlassen können, dass in regelmäßigen Abständen Updates zur Verfügung gestellt werden und bei dem wir einen starken sozusagen Player im Background haben. In dem Fall wäre das dann Canonical, also turnusmäßige Updates. Dann ist man sozusagen den Schülern entgegengekommen. Die Oberfläche ist benutzerfreundlich und spricht die Schüler an. Zu dem Zeitpunkt war das noch Gnome, ist es jetzt auch noch. Wie das sein wird, wenn dann Unity kommt, ist noch nicht klar. Ich habe mit dem IT-Entwickler von der Schule gesprochen. Er weiß es jetzt auch noch nicht, weil auch noch nicht klar ist, ob jetzt zur nächsten LTS-Version ein Update gemacht wird oder ob man noch diese Version beibehält, bis alle Faktoren, die man in diesem pädagogischen Gesamtsystem haben will, eingepflegt sind. Aber es wird erst mal so bleiben. Hierbei ist ganz interessant, dass es für die Schüler also eine ganz große Sache ist, dass sie Kompis benutzen können. Das kann dann auch ganz individualisiert gestaltet werden und dann sitzt man dann da im Unterricht und die Würfel rotieren in der Gegend rum und das finden gerade die Jüngeren natürlich super toll. Und der vermutlich wichtigste Punkt, die Arbeit in einer sehr aktiven Community, die bei Ubuntu, wie wir wahrscheinlich alle wissen, recht einzigartig ist. Also da hat man viele Foren, bei denen man Support erhält, super Möglichkeiten, sich auszutauschen und vor allen Dingen auch für Einsteiger gute Möglichkeiten. Und davon ausgehend entwickeln sich dann unterrichtsrelevante Aspekte. Und da ist speziell der Community-Gedanke eine ganz wichtige Sache. Um das Ganze auch ein bisschen pädagogisch aufzuziehen, gibt es eine Computer-AG und diese Computer-AG verwaltet das komplette Netzwerk zusammen mit diesem Informatiklehrer. Das heißt, die haben auch Einsicht in dieses große Netzwerk und können da entsprechende Skripte schreiben und machen sie auch. Und diese Community-Arbeit vermittelt einen entscheidenden Punkt, den ich vorhin einmal kurz angesprochen habe, nämlich Demokratiekompetenz. Das steht auch so im vielen Lehrplänen und im Bildungs- und Erziehungsauftrag, kann man das auch oft erkennen. Es geht also darum, wie bringe ich mich in unsere Gesellschaft ein, was bedeutet Mitspracherecht, wie kann ich bestimmte Entscheidungen, bestimmte Entwicklungen beeinflussen. Und genau dieser Part, mit dem Schulen auch unheimlich oft in ihrem pädagogischen Profil werben, wenn man auf eine Schulwebseite guckt, kann immer häufig auf so ein pädagogisches Profil klicken, dann steht dann ja, wir sind offen, wir machen offene Unterrichtsstrukturen, Mitspracherecht der Schüler, wir haben Schülervertretungen sehr demokratisch gestaltet. Und genau das wird eben über diese Community-Arbeit auch vermittelt. Und das ist auch ein Thema im Unterricht selbst. Ich habe es gerade eben gesagt, freie Software wird selbst zum Thema. Für viele ist ja diese Software-Sache etwas, was nur in den Informatikunterricht gehört. Freie Software, ja, dann sagt man häufig, ja, das geht dann weit über das Produktwissen hinaus. Die Schüler können sich den Source-Code angucken, die können da vielleicht Sachen drin verändern. Aber das ist natürlich eine Sache, die sich wirklich nur auf den Informatikunterricht beschränkt und da auch nur eine sehr kleine Gruppe an Schülern anspricht. Wer selber Kinder hat oder sich an seine Schulzeit zurückerinnert, der weiß, auch wenn man freie Software benutzt, sitzt man nicht im Deutschunterricht und öffnet dann Open Office und spielt am Source-Code rum, um zu gucken, was sich da verändert. Das macht natürlich niemand. Aber man kann freie Software als Philosophie thematisieren. Das heißt, freie Software passt nicht nur in den Informatikunterricht, sondern freie Software passt auch in den Sozialwissenschaftsunterricht, in den Politikunterricht, in den Philosophieunterricht rein. Das heißt, die Wirkung, die freie Software in der Schule haben kann, ist weit größer als, ich sitze am Computer und programmiere mal was oder ich lerne mal eben, wie man die Schriftgröße bei meinem Office-Programm verändert. Ausgereifte Software heißt im Endeffekt, die Software, die genutzt wird, die freie Software, die genutzt wird, ist insoweit arbeitsfähig, als dass sie für den schulischen Gebrauch vollkommen ausreicht. Es gibt häufig Einwürfe, die dann sagen, ja, warum sollen wir denn GIMP benutzen? Photoshop ist doch viel besser, da kann man ja viel mehr mit machen. Jetzt ist die Frage, nutzt man wirklich alle Möglichkeiten, die Photoshop bietet, im Unterricht? Mit Sicherheit nicht. Um nochmal das Beispiel mit der Fahrschule aufzugreifen, ich würde auch nicht sagen, ja, ich mache jetzt die Fahrschule nur noch mit einem Ferrari, weil das ist das beste Auto. Nee, es reicht vollkommen aus, die Kompetenzen anhand eines kleineren Wagens zu erlernen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass GIMP kleiner ist als Photoshop, das ist ja nochmal eine etwas andere Ausrichtung. Aber bei der Arbeit in der Schule wird sich das relativ wenig unterscheiden. Hierbei muss aber noch erwähnt werden, dass ohnehin 80% der Arbeit auf Office-Paket und Webbrowser ausfallen. Vor allem, wenn es dann in die fächerübergreifenden Arbeitsprozesse geht. Da geht es hauptsächlich um Recherchearbeiten und um das Niederschreiben dieser Sachen oder um die Vorbereitung von Präsentationen oder Tabellenkalkulationen. Dann habe ich hier mal ein paar Fotos mitgebracht, wie es in der Schule aussieht. Wir haben also auf der linken Seite das Internetcafé. Da sieht man jetzt auch, hinter den Monitoren guckt so ein kleiner Pinöpel hier hervor. Das ist also der jeweilige Rechner, der ist hinten am Monitor angebracht. Das ist nicht nur platzsparend und sieht schick aus, das ist auch wunderbar stromsparend. Und jetzt kann ich hier nochmal erklären, warum es keine SIN-Clients geworden sind. Das Konzept wurde erprobt und hat sich nicht durchgesetzt, nachdem festgestellt wurde, dass unheimlich viele Schüler unheimlich viele Tabs öffnen und anfangen, Videos zu gucken. Das heißt, wenn man dann 40, 50 Rechner hat und jeder hat darauf drei, vier Videos offen, dann geht das Ding einfach in die Knie. Und um dem entgegenzuwirken, hat man gesagt, gut, jeder bekommt jetzt einen vollwertigen Rechner, mit dem er arbeiten kann. Dann haben wir das Problem nicht. Auf der rechten Seite sehen wir den Computerraum, der einem ganz normalen Informatikraum entspricht. Die Monitore sind alle so angeordnet, dass der Lehrer Einsicht hat, kann aber auch zusätzlich das Monitorbild jedes Schülers auf seinen Rechner schalten, um das zu überprüfen. Viele Hersteller werben mit so pädagogischen Funktionen, beispielsweise Funktionen wie, man kann das Bild von einem Schüler auf alle Monitore von den anderen Schülern schalten. Das ist klar, das macht Sinn. Da die Software das jetzt bei dieser Schule so nicht bietet, macht man das anders. Man schaltet einfach das Monitorbild von einem Schüler oder einer Schülerin auf den Beamer. Ja, dann muss man zwar nicht nach vorne gucken, sondern manche müssen sich umdrehen, aber der pädagogische Effekt ist genau der gleiche und man spart richtig Geld. So, da haben wir jetzt die Notebook- und Netbookwagen. Links ist also der große Notebookwagen. Das ist noch ein Eigenbau gewesen. Das wurde bei einer Schreinerei in Auftrag gegeben. Die haben das dann so aufgebaut. Da sieht man auch, die einzelnen Notebooks hier oben drin stehen. Da ist die Verkabelung. Die Notebooks werden also auch in den Wagen geladen. Außerdem beinhaltet der Wagen einen WLAN-Router. Und dieser Router hat dann eben das Netzwerkkabel. Und dann wird das einfach in den Klassenraum gerollt, wird in die Buchse gehangen und dann hat jeder sofort Zugang zum Internet. Das gleiche ist der Fall bei dem Netbookwagen. Der ist allerdings gekauft. Und das ist alles, was man so sagen kann, nicht so besonders günstig. Solche Wagen bewegen sich dann irgendwo um die 3000 Euro, wenn man sowas kaufen möchte. Ja, vielleicht noch zur Info. Die Schule hat drei Etagen, sodass man ganz unten im Erdgeschoss den Computerraum hat. Im ersten Stock steht der Notebookwagen und im zweiten Stock steht der Netbookwagen, sodass auf jeder Ebene Zugang gesichert ist. Außerdem gibt es noch den Erdkunderaum. Da stehen auch nochmal fünf Rechner zur Verfügung. Und hier habe ich das Anwendungsmenü. Und das ist nach Fächern gegliedert. Also es gibt hier für alle Fächer etwas, so fächerübergreifendes Arbeiten. Dann haben wir hier Chemie, Erdkunde. Hier haben wir Informatik. Da ist dann zum Beispiel K-Turtle bei. Die machen relativ viel mit Python. Und Physik und Mathematik. Das wird aber auch regelmäßig erweitert, wenn der Lehrer denn die Zeit hat. Was auch nochmal so eine etwas problematische Sache ist, was ich aber gleich nochmal kurz anschneiden möchte. Wie gestaltet sich denn dann eigentlich der Schüleralltag mit so einem System? Also jeder der Schüler hat ein eigenes Home-Verzeichnis. Das habe ich vorhin einmal schon erwähnt. Meldet sich also mit seinem Benutzernamen an. Kann in dem Home-Verzeichnis seine Daten speichern. Kann seinen Desktop individuell gestalten, so wie er am liebsten arbeitet. Und hat auch immer Zugriff auf seine Daten. Die Schule hat das allerdings auch. Momentan ist das Ganze ein bisschen im Umbruch. Aber jetzt ist es noch so, dass jedes Mal, wenn jemand einen Browser aufruft, er sich nochmal bei dem Browser anmelden muss, weil die Benutzerverwaltung noch nicht gekoppelt ist mit dem Browser selbst, damit entsprechend mitgelockt werden kann. Das wird aber gerade so entwickelt, dass das zusammengelegt wird und soll dann im Laufe, ja wahrscheinlich noch dieses Jahr, geändert werden. Wenn die Schüler das erste Mal mit Ubuntu arbeiten, denn viele kommen ja, wenn sie dann in die Schule kommen, sozusagen aus einem Windows-Haushalt, da gibt es keinerlei Einführungen. Es gibt keine Kurse, bei denen das Arbeiten mit diesem neuen Betriebssystem vermittelt wird. Da gilt einfach Learning by Doing. Und es funktioniert erstaunlich gut. Gerade bei den Jüngeren, bei den Älteren wird es dann immer ein bisschen schwieriger. Aber im Allgemeinen lässt sich sagen, dass gerade die Schüler extrem wenig Probleme damit haben. Auch die Resonanzen sind in der Hinsicht gut. Die Schüler akzeptieren das System, äußern sich auch positiv darüber. Laut IT-Koordinator kommen regelmäßig Schüler zu ihm und sagen, hey, wie ist das denn, dieses System, kann ich das auch zu Hause benutzen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und der liefert dann sozusagen noch Support, macht ein bisschen Werbung für Ubuntu und sorgt dafür, dass das Ganze sich noch etwas weiter verbreitet. Also die Schüler, könnte man sagen, vielleicht ist Akzeptieren noch nicht mal genau das richtige Wort. Sie nehmen es hin. Sie nehmen es hin. Manche akzeptieren es. Vielleicht tolerieren es auch viele. Und manche finden es dann noch richtig gut. Das ist aber oft schon mehr, als man sozusagen von so einer Grundaussage her erwarten kann. Ja, ein typisches Problem. Die Lehrer wunden sich dann über den fehlenden Startbutton. Ja, warum ist das denn oben links und nicht unten links, so wie es sich gehört? Kommen aber relativ schnell damit zurecht. Das liegt auch daran, dass mittlerweile auch im Lehrerzimmer Ubuntu eingesetzt wird und es nur noch einen einzigen Computer gibt, auf dem Windows läuft. Und das ist der Rechner, der mit dem Landesnetz verbunden ist, wo die Noten übertragen werden müssen. Dafür gibt es nämlich ein spezielles Programm und das läuft natürlich nur auf Windows. Dieser Rechner ist aber auch nicht an das Schulnetz gekoppelt, sondern da macht man wirklich sozusagen eine direkte Übertragung mittels USB-Stick oder direkter Eingabe. Ja, dann gibt es teilweise Probleme mit dem Einbinden von Makros. Da gibt es also einen Lehrer, der ist auch schon etwas älter und der hat sich also sehr in MS Office eingefuchst und arbeitet sehr gerne mit Makros. Dann hat er da so eine kleine Weltkarte, da kann man dann auf die einzelnen Länder klicken und dann steht da eine Information oder man wird zu einer Webseite weitergeleitet. Und beim Import gibt es dann unter Open Office Probleme. Es ist dann manchmal schwierig, solchen Leuten zu erklären, dass es nicht an Open Office liegt, sondern daran, dass Microsoft sich weigert, ein Format zu benutzen, was kompatibel ist. Aber mit solchen Sachen muss man dann einfach leben. Das gehört dazu, das wächst sich aber mit der Zeit heraus. Es gibt dann aber auch sehr positive Erlebnisse, wenn sich beispielsweise der Akrobat-Reader dann an den Dateien, weil sie zu groß sind oder was auch immer, verschluckt und der Standard-Dokumentenbetrachter liefert das problemlos ab und lässt es ausdrucken. Da sind dann einige Lehrer doch manchmal positiv überrascht und von solchen Elementen lebt natürlich auch die Unterstützung von so einem Gesamtsystem. Die Zukunft. Ja, wie soll das Ganze weitergehen? Im Moment ist es noch so, dass es drei separate Verwaltungen gibt für die Schüler, die zusammengelegt werden sollen. Und zwar ist es einmal das Schulnetzwerk, der Mail-Server und die Homepage. Das Schulnetzwerk ist eben das, wo man sich direkt am Computer anmeldet, wo man sein eigenes Home-Verzeichnis hat. Der Mail-Server ist im Moment, wird sich der geteilt mit anderen Leuten. Das ist also noch so ein professioneller Anbieter, der das zur Verfügung stellt. Es gibt da Überlegungen, einen eigenen Mail-Server aufzubauen, damit man das nicht mehr hat, sondern da ein bisschen flexibler wird. Und die Homepage. Die Homepage bietet eine Art, ja, ähnlich wie Moodle, so eine Art Lernsystem, bei dem man sich austauschen kann. Da ist es aber noch nicht so, es ist nicht so umfangreich, wie Moodle das zum Beispiel bietet. Es geht hier in erster Linie darum, den Schülern Dateien zur Verfügung zu stellen, die sie dann auch von zu Hause abrufen können, mittels ihres Benutzernamens. Und die Zukunft wird wohl sein, dass diese drei Verwaltungen alle zusammengelegt werden. Unter anderem auch, um jedem Schüler eine eigene E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen. Wenn jetzt eine Lehrerin oder ein Lehrer sagt, ich muss doch hier noch mal Schüler AB eine E-Mail schreiben, ich habe die Adresse überhaupt nicht, dann gibt es ein festes System, dann sagt man zum Beispiel der erste Buchstabe des Vornamens, Punkt, dann der Nachname und eventuell noch eine Zahl und so kann man dann eben herausfinden, wie die E-Mail-Adresse des jeweiligen Schülers ist. So ist jeder immer über eine E-Mail-Adresse erreichbar. Und, um noch ein bisschen mehr pädagogischen Nutzen aus dieser IT-Ausstattung zu ziehen, das automatisierte Erzeugen von Klassen- und Lerngruppen spezifischen Foren und Mailinglisten. Das ist im Moment noch ein recht großes Problem. Kann man sich vorstellen, man hat bestimmte Leute, die gehören also einer Gruppe an, nämlich der Klasse 7a, aber nach einem Jahr sind die gar nicht mehr in der Gruppe 7a, sondern sind die in der Gruppe 8a. Das heißt, es muss jedes Mal müssen unglaubliche Mengen an Benutzern in Gruppen hin und her geschoben werden. Und nach der 10a ist man dann auch nicht mehr, weil man kein Klassensystem mehr hat, sondern Stufensystem, ist man dann nicht mehr in der 11a, sondern da ist man in der 11. Einfach nur. Und dieses System ist im Moment noch in der Erprobung, weil es natürlich auch erst benutzt werden kann, wenn das gut funktioniert. Sonst hat man nachher ein heilloses Durcheinander. Aber da wird energisch daran gearbeitet. Also im Moment läuft da auch ein Update. Als ich das letzte Mal mit dem entsprechenden Lehrer gesprochen habe, hat er mir gesagt, dass sie, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, planen, das dieses Jahr noch umzusetzen. Es gibt ja auch ein Server-Update, was gerade läuft. Interessant ist vielleicht auch zu erwähnen, dass dieses automatisierte Erzeugen von Klassen- und Lerngruppen spezifischen Forum- und Mailinglisten eine Sache ist, die von der Computer-AG entwickelt wird. Das heißt, es sind Schüler, die ihre eigene Schule mitgestalten können. Die arbeiten sozusagen für andere Schüler mit und können dadurch natürlich auch Kompetenzen erwerben, die man zu Hause niemals erlernen könnte. Wann hat man schon die Möglichkeit, in einem Netzwerk zu arbeiten, die so eine gigantische Benutzerverwaltung hat oder die über 100 Rechner verfügt. Dazu jetzt noch ein paar abschließende Überlegungen, die ich hier anbringen möchte. Also entscheidend ist, wenn man plant zu migrieren, sei das nun Ubuntu oder sei das irgendeine andere Distribution, allgemein Linux oder freie Software, braucht man ein technisches und pädagogisch ausgereiftes Konzept. Wir haben häufig auch im erziehungswissenschaftlichen IT-Bereich das Problem, dass man zwar viele Entwickler hat, aber wenig Leute, die die strukturellen Inhalte liefern. Deshalb ist es da ganz essentiell, dass man Leute bereitstellt, die nicht nur sagen, ja, wir verkabeln dir das und so und so funktioniert das Netz, sondern auch jemanden dabei hat, der diese pädagogischen Vorzüge da liegen kann, weil darum geht es. Es ist so schade, dass es jetzt für viele vielleicht klingen mag. IT ist im Rahmen der Schule zwar eine Grundkompetenz, aber diese tiefgehenden IT-Konzepte sind in erster Linie Mittel zum Zweck, denn es soll gelernt werden und der informatische Teil in der Schule ist doch relativ gering, auch wenn es viele medienpädagogische Grundlagen gibt, die von den Landesinstituten veröffentlicht werden, in denen allgemeine Kompetenzen im Umgang mit Medien erlernt werden sollen, auch schon in der Grundschule. Dazu zählt beispielsweise auch Entstehungsgeschichte von Software, wie entwickelt die sich überhaupt, wie funktioniert eine Community. Aber das sind natürlich Sachen, die, sagen wir mal, eher strukturell oder philosophischer Natur sind und die sich jetzt wenig mit konkretem Programmieren beschäftigen. Das haben wir dann mehr im Informatikunterricht. Um das umzusetzen, braucht man kompetente Partner. Das heißt, es gibt wenig Schulen, die es schaffen, ein IT-Konzept so umzusetzen, dass die Lehrerin oder der Lehrer, der das betreut, mit der Zeit auskommt, die er von anderem Unterricht freigestellt wird. Das liegt, je nach Bundesland und je nach Schule, zwischen zwei und vier Unterrichtsstunden in der Woche, die man freigestellt werden kann, um so ein Netzwerk zu verwalten. Das kann man sich das auch vorstellen. Man hat 100 Rechner und dann ist man drei Stunden freigestellt in der Woche, um dieses Netzwerk weiterzuentwickeln und zu verwalten. Da wird es eng. An Berufsschulen ist es ein bisschen anders. Die haben teilweise eigene Admins, die dann eine halbe Stelle haben, um genau solche Sachen umzusetzen. Tja, jetzt kommen wir zu einem Problem, nämlich soziale Trägheit. Für viele hängt der Wechsel nicht ausschließlich damit zusammen, dass sie proprietäre Software für besser halten, sondern oft damit, dass sie sagen, da muss ich mich jetzt komplett neu einarbeiten, ich bin nicht mehr Spezialist auf dem Gebiet, zu Hause kann ich es wieder nicht benutzen, was ist mit meinen Unterrichtsvorbereitungen, ich kann meine alten Unterrichtsmaterialien nicht mehr benutzen. Das sind natürlich alles legitime Gründe, aber dahinter steckt häufig die fehlende Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln. Das gilt nicht für alle Lehrer, also ich will jetzt überhaupt nicht hier gegen Lehrer hetzen oder dergleichen. Das kennt jeder auch von seiner Arbeit oder vom Beruf oder im Studium, wenn man dann sagt, ach nee, da habe ich jetzt keine Lust, mich einzuarbeiten, das möchte ich jetzt nicht. Das kennen viele von uns vielleicht sogar von Unity, dass sie sagen, ach, warum bleiben wir nicht bei Gnum, es funktioniert doch alles so schön und Unity ist auch wieder neu. Ungeachtet, ob das jetzt eine gute Sache ist oder nicht. Und ein weiteres Problem, es gibt zu wenige Spezialtools. An den Schulen etablieren sich immer häufiger fächerübergreifende Kurse wie zum Beispiel Angewandte Naturwissenschaft oder MINT und da gibt es dann so schöne Programme zum Beispiel für Schallmessungen. Diese Programme laufen nur unter Windows und dann wird es ein bisschen problematisch, die unter Ubuntu zu nutzen. Es wird an der Schule häufig versucht, das irgendwie zu umgehen, Kompromisse zu finden. Das kann beispielsweise in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, die Nutzung dieses Schallmess-Tools soll bestimmte Kompetenzen vermitteln, wie kann ich den Unterricht so umgestalten, dass ich nicht dieses Tool brauche, um diese eine Kompetenz zu vermitteln. Es gibt da ja häufig mehrere Wege, um eben genau das zu erreichen, aber in Einzelfällen kommt man dann eben nicht darum rum, um sowas zu nutzen. Also das hängt dann damit zusammen, wie flexibel sich das Kollegium gestaltet, wie viel Arbeit man auch bereit ist, immer wieder in dieses IT-System reinzustecken, um den Unterrichtsalltag am Laufen zu halten. Womit wir am Ende wären. Vielen Dank. Was sollten interessierte Eltern tun, um die Schule bedanklich auf so einen Verrat oder auf so eine, in diese Richtung ein bisschen zu schubsen oder zu bringen? Meine Meinung ist, ich kann nur für mich sprechen, dass man auf pädagogisch relevante Punkte hinweist. Ich habe das vorhin einmal angesprochen, das pädagogische Profil, auf das viele Schulen hinweisen. Wenn man also sagt, wir arbeiten mit offenen Unterrichtskonzepten, wir geben Mitbestimmungsrecht, wir sind eine transparente Schule, wir versuchen demokratisch zu handeln, benutzen aber ein IT-System, was genau diese Sachen missachtet und genau diese Sachen ausschließt, dann ist das ein Gegensatz und ich glaube, dass es ein guter Ansatz ist, genau über dem Weg an die Schule heranzutreten und zu sagen, ihr macht kompetenzgerichteten Unterricht, ihr macht keine Produktschulung, sondern es geht um die Fähigkeit, später alle Produkte in dieser Sparte benutzen zu können und gerade bei freie Software hat man natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, also bei Textverarbeitung, ob ich jetzt OpenOffice nehme, LibreOffice oder von mir aus auch AbiWord, was in der Schule wahrscheinlich auch reichen würde, dann denke ich zumindest, dass das eine gute Möglichkeit ist, einen Zugang dazu zu finden, aber ist dann halt auch die Frage, wie flexibel die kollegialen Strukturen da in der Schule sind, das ist dann auch von Schule zu Schule unterschiedlich. langsatz, die die Halt direkte